Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Skull & Bones. Heute ist der letzte Tag vom privaten Testserver. Am 22. startet ja die Season 3. Und heute geht es einmal darum, alles zu testen, was ich noch nicht getestet habe. Das heißt, das neue Schiff, einige der neuen Waffen und vor allen Dingen zu schauen, was können wir vorbereiten oder könnt ihr auch vorbereiten für Season 3. Da gibt es ja eine ganze Menge, was man schon in Season 2 vorbereiten kann für Season 3. Deswegen starten wir direkt rein. Als allererstes werde ich mal den Kaperbrief durchpayen. Im PTS hat man 26.000 Gold. Das ist eine Menge. So, Premium Pass aktivieren. Das machen wir natürlich auch. Da bekommt ihr einmal komplett ein Overview, was gibt es im Schmugglerpass und ob ihr den aktivieren solltet. Vielleicht kriege ich ja auch wieder von Ubisoft ein paar Geschenkt. Ich werde alles durchpayen. Wir gucken mal, was so drin ist. Ähm, Bernstein überzogene Stationen. Ja, diese ganzen Möbeldinger, bin ich ganz ehrlich, die waren bislang nicht so spannend. Hier gibt es ganz viel Cosmetics. Okay, wir machen mal die ganzen Cosmetics. So, was haben wir hier? Okay, Cosmetics. Das sind ja diese neuen Waffen. Die gucken wir uns auf jeden Fall an. Auf der Pade kann ich mir das sehr gut vorstellen. Göttlicher Donner auch sehr cool. Himmlische Lanze. Ich finde dieses ganze Elektro-Thema übertrieben spannend und cool, muss ich sagen. Das ist ja eine komplett neue Schadensart und finde ich cool, dass es reinbringen. Ich muss aber dazu sagen, dickes, dickes aber, eine neue Waffengattung, wie letztes hieß mit den Bojen, hätte mir mehr gefallen als ein neuer Schadenstyp. Weil gerade, wenn da wirklich PvP kommt, was ja auf der Gamescom, wird ja ein PvP-Modus gezeigt. Äh, dazu wird es dann nochmal mehr geben, wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt. Auf jeden Fall ein Follow da lassen. Ähm, es wird sehr wahrscheinlich bald ein, was heißt bald, in naher Zukunft ein PvP-Modus geben, wo man wirklich PvP spielt und nicht nur in Overworld sich eine PvP-Flagge holen kann. Und wenn ich mir dann vorstelle, es gibt dann noch einen Widerstand oder eine Schadensart mehr zu Überfluten, zu Feuer, zu Donner und, und, und. Du kannst es ja alles gar nicht mehr vernünftig deffen. Das heißt, es ist ganz viel Schere, Stein, Papier in einer PvP-Lobby, wovon ich nicht so ein Fan bin. Man weiß überhaupt gar nicht, wie sie es balancen werden, aber rein jetzt vom ersten Gefühl her, ist es natürlich sehr, ja, unbalanced. Gucken wir mal, was man fürs Schiffsbauen braucht. Schlachtschunkel, Schwergewicht. Okay, ich brauche alles. Kalkerde, Planetengetriebe, reiner Salpeter, Schneckenwelle, Nafta, Sehne und robustes Aalseil. Nafta, genau, Nafta brauche ich. Die Rohmaterialien wirst du auch alle brauchen. In Season 3 kannst du ja alle weiterarbeiten. Ja, safe. Also das können wir schon mal festhalten fürs Video. Also was ihr auf jeden Fall braucht, sind alle Rohmaterialien. Das heißt, für alle, die auf eine Million Achtermünzen sitzen durch Season 2, ihr solltet auf jeden Fall zum Schwarzmarkt gehen und so viele Rohmaterialien kaufen, wie ihr könnt. Vor allen Dingen, das Paket hier, Formsand, Kalk, Holz, der Zahnrad und das hier, Rosalpeter, Schellack, Schraubgewinde, Scheibenglas. Die beiden Pakete solltet ihr tot kaufen. Dann natürlich die beiden Erzdinger und Holz, je nachdem, was ihr braucht. Ich glaube, Wacholderholz war das, was man braucht. Der Rest ist nicht ganz so richtig. Natürlich hier vor ein paar Stück, damit ihr hier auf der sicheren Seite seid. Da habe ich aber genug von. Nafta dauert sechs Stunden. Eine Stunde dauert ein Getriebe. Nafta dauert eine halbe Stunde. Eins, drei Stück, anderthalb Stunden. Habe ich nicht eine Möglichkeit zu cheezen? Kann ich das nicht kaufen irgendwie? Okay, also ich habe ja schon ein paar Waffen aus dem Battle Pass bekommen. Die kann ich ja zumindest schon mal ausprobieren. Also, göttlicher Donner habe ich dreimal. Treffer auf den Schwachpunkten eines Ziels erzeugen mit einer Wahrscheinlichkeit für 35% einen verheerenden Blitzschlag, der 3000 Elektroschaben verursacht. Also das ist ganz, ganz böse. Wenn du damit triffst, Halleluja. Für göttlicher Donner am besten eins mit vielen Luken oben. Phönix Krallen auf der Sambuke wird richtig, richtig krass sein, weil in Brand plus 200, du machst den erst in Brand mit Raketen oder mit deinem Feuer, dann drehst du dich auf die Seite und haust dem eine ganze Salbe rein und machst unfassbar viel Schaden. Die hätte ich gern. Du kriegst den Bauplan. Abschluss von Drache und Phönix. Ich würde sagen, ich baue einfach mal eine Bark und dann gehen wir rein in die Mission. Also diese 1888 Schaden auf der Sambuke, ich sage es euch, das wird, das wird so krass werden, gerade bei Bossen, weil die ja so viele, weil die sowieso schon von der Sambuke so aus dem Leben genommen werden. Das wird richtig, richtig stark. Das ist ja irgendwas Neues. Aber es gibt doch jetzt so eine coole, angeblich coole Third-Person-Ansicht, oder? Oh, das ist cool. Gegenwind wurde auch drastisch reduziert. Also man sollte so gut wie, also man sollte jetzt wirklich weniger Probleme haben mit Gegenwind. Und wenn, selbst wenn Gegenwind kommt, dann gibt es nicht mehr diesen harten Gegenwind. Also Gegenwind sollte wirklich gar kein Problem mehr sein eigentlich. Aber ich finde das Segeln fühlt sich auf jeden Fall besser an als vorher. Aha, ach nö, kann ich direkt, ach da ist das neue Schiff. Da ist das neue Schiff. Also wir haben drei, vier Oberdeck-Luken und unten nochmal drei. Also man spielt auf jeden Fall auf der Seite keine Calverine, würde ich jetzt behaupten. Hinten haben wir zwei und vorne auch zwei. Okay, ist relativ unspektakulär. Geschwindigkeit und alles ist ja so, wie wir das sowieso schon kennen. Sehr vergleichbar, glaube ich, mit einer, irgendeine Mischung aus Schnau und Bark, würde ich sagen. Ja, ich weiß nicht, wie ich das neue Schiff finde, um ehrlich zu sein. Ich bin persönlich, finde es sehr langweilig. Also das gibt mir gar keine Vibes. Also damals die Bark mit dem Heel-Effekt, das war mega cool. Rick, okay, aber... Oh, da ist der Elektro-Schuss. Guckt ihn euch an. Der Elektro-Angriff sieht cool aus. Oh, da kam der Blitz von oben. Hat der gesehen? Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Und nochmal ein Blitz. Okay, der Effekt ist schon aller Bonheur, muss ich sagen. Also den Elektro-Angriff, den fühle ich auch mal anders. Den fühle ich. Also die Elektro-Angriffe, die sind mega cool. Mann, ich will das neue Schiff haben und dann auch hochleveln. Bin so gespannt, was es noch für einen Zusatz-Perk bekommt und wie schnell das wird. Ich meine, wenn das jetzt schon 11.15 hat, kommt das bestimmt auch 13.17 oder so. Das ist schon gar nicht so schlecht. 13.17, machst du 19 Knoten mit einem Trank. Ich finde das neue System hier, ich habe ja jetzt längere Zeit damit gespielt, sehr cool, muss ich sagen. Das ist ja schon in Season 2 so, aber dass du hier sofort sehen kannst, wer wo drin ist und sofort hinporten kannst, das ist echt cool. Ja, wenn er so ist, ist super. Aber hat der einen Schwachpunkt? Irgendwie auch einen Kopf oder so? Das war's, sehr schön. Also ich sage ganz ehrlich, die Balliste ist hier key. Also mit Balliste ist am besten. Okay, ich gehe mal gucken, ob der Faehler fertig ist. Das ist fertig und zwei Nafta. Und das letzte Nafta läuft noch sieben Minuten. Ja, den Drachen finde ich auf jeden Fall sehr cool. Ich kann mir richtig kurz vorstellen, wenn die Season rauskommt, mal schöne Stunde lang nur den Drachen wegballern. Und die Bosse und so. So, da haben wir den letzten Nafta. So, jetzt bauen wir das Schiff. Also man braucht drei Nafta, das ist nervig, aber der Rest ist relativ easy. Schlachtschunke bauen, herstellen. Schlachtschunke. Ich bin jetzt so doll auf die Verbesserung gespannt, ihr auch? Schiff verbessern, ich bin so doll gespannt. Schlachtschunke, was fehlt? Robustes Aalseil. Oh man, das dauert drei Stunden. Egal. Aber wir können uns wenigstens die Vorschau angucken. Also, Rumpfzustand wird auf 53.000 erhöht, okay. Fracht auf 80. Höchstgeschwindigkeit wird auf 12 erhöht. Trimmgeschwindigkeit auf 16. Nur ein Knoten, ich hätte gedacht, das wird mehr. Dann nochmal Rumpfzustand auf 58.000 erhöht. Schiffsrang erhöht und am Ende erleidet jedes Mal, wenn vor Feintreffer in Entdeckung gegangen wird, 2% weniger Schaden pro Angriff. Der Effekt kann bis zu 20%, 20 Mal gestapelt werden und läuft ab, wenn 12 Sekunden lang kein Schaden durch Entdeckung gehen vermieden wurde. Beleggegnerische Schiffe innerhalb von 125 Metern mit Verspottetladungen, wenn vor Treffer in Entdeckung gegangen wird. Okay, es ist genau so, wie Ark es gesagt hat. Es wird ein kompletter, kompletter, ja, kompletter Deathmonster. Da haben wir das Schiff. Aber, ich muss ganz ehrlich, also wir werden es uns jetzt auch mal angucken, auch ohne Waffen, ist ja egal. Aber, ich bin kein Deather. Also, wer gerne Death möchte, für den ist das, glaube ich, echt ein cooles Schiff. Einmal hier für den Look. Man kann doch jetzt auch Kamera und so machen, ne? Da ist das Schiff, so sieht das aus. Ich bin ja nicht auf High-End-Quality, bei euch sieht es vielleicht nochmal ein bisschen schöner aus. Da ist das Schiff. Aber, ich muss ganz ehrlich sagen, oben 4 Luken, unten 3 Luken, vorne 2, hinten 2. Das wird nicht mein Schiff der Wahl. Ich werde es natürlich freispielen, so. Nicht auf Zwang, also das ist für mich nicht Priorität 1. Aber, ich finde die Waffen schon sehr viel spannender, als das Schiff, muss ich sagen. 8 Nafta! Das sind 4 Stunden! 4 Stunden! Konzentrierter Bastölpel-Salpeter. Volatiles Drachennapalm. Kann im Territorium des Tingsbums gefunden werden. Hier. Nafta. Mögliche Beute bei Jive. Jive wird das Ding, was ihr braucht. Gibt es jetzt schon Nafta? Bestimmt nur ganz am Ende einmal. Ah, ein. Ne, zwei Nafta schon! Oh mein Gott. Das ist es. Nochmal zwei Nafta. Okay, 4 Stück bei einem Mal. Aber wir waren auch noch zu zweit. Einmal. Das braucht ihr auch, Nafta. Digger. Wir werden so doll die ganze Zeit bei Jive rumhängen. Ist das hier so, wie es ist?